Ein Thema macht mir besonders viel Spaß, das ist das Thema Tonalität. Das heißt, wenn es euch darum geht, möglichst schnell das Vertrauen aufzubauen bei eurem Gegenüber, dann ist die Tonalität absolut entscheidend. Verstandene? Wenn ihr wirklich heute mit einer Sache nur rausgeht, alles vergesst, aber nur anfangen die Tonalität zu meistern, garantiere ich euch schon, gehen die Sales nach oben. Und damit wir jetzt einfach so ein bisschen sehen, wie man das macht, weil da bin ich auch ganz ehrlich dazu, da habe ich viel Potenzial noch bei mir selber, da muss ich wirklich trainieren. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich so einen Schauspielunterricht mache oder so einen Rhetorik-Trainer mir selber buche, weil da kann man ganz viel Potenzial rausholen. Zum Beispiel der Nick kann ein Lied singen, der hat gerade für seinen Sales Funnel ein geiles Video gemacht und er hat es mir geschickt und ich habe gesagt, nee Nick, ich muss es nochmal machen, die Tonalität muss noch ein bisschen besser sein. Wir haben zwei, drei Anläufe gebraucht, aber es ist halt ein mega, mega wichtiger Hebel. So, und ich sage euch eins, als ich diesen Film zum 17. Mal angeschaut habe, The Wolf of Wall Street, und ich zum ersten Mal auf die Tonalität geachtet habe, dann habe ich wirklich nochmal dieses Proof of Concept erlebt, warum mich diese Szene so begeistert hat. Weil diese Szene hatte mich damals im Film extrem begeistert, ohne dass ich wusste, warum. Und als ich dann mich mehr mit dem Thema Tonalität beschäftigt hatte und diese Szene nochmal gesehen habe, war mir bewusst, warum er an irgendeiner Stelle in diesem Film sagt, ich konnte die reichsten Amerikaner closen. Danny, sein Geschäftspartner, wisst ihr, das ist ja ein bisschen dickere, Danny konnte die reichesten Amerikaner closen. Aber meine 15 Sales-Mitarbeiter haben es nicht geschafft, obwohl wir alle das gleiche Skript haben. Und dann hat er gesagt, woran es liegt. Es lag daran, dass die sich einfach nicht so angehört haben. 50%-Kommission? Ja. Für was? Es ist unser Markup für unsere Services. Also, wenn ich einen Stock auf 10.000 Dollar verkaufe, meine Kommission ist 5.000 Dollar. Wenn du 10.000 Dollar auf diesem Stock verkaufst, werde ich dir persönlich einen Blutjob für frei geben. Und ich hoffe, es passiert. Also, er hat gesagt, hi John, how are you doing today? Habt ihr es gehört, oder? Er hat diese Tonalität zum, hey John, how are you doing today? So sehr, sehr, sehr vertraut, okay? Weil wenn ich irgendwo anrufe und sage, hallo Herr Mayer, ah, schön, dass ich Sie erreiche, bla bla bla, Timus Wendbauer hier, dann hört es sich eben nicht vertraut an. Wenn ihr es aber schafft, am Telefon so zu klingen, als ob das euer bester Kumpel ist, oder ein Freund, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, so, hey Lukas, ah, schön, dass ich dich erreiche. So auf die Art, hey, lang nicht gehört. Versteht ihr, das müsst ihr denken. In der Tonalität geht es darum, dass das, was ihr sagt, dass ihr das auch denkt, so, hey Lukas, hey, schön, dass ich dich erreiche, wie geht's dir? Versteht ihr, das ist so ein, hey Lukas, schönes Jahr, wie geht's dir? Diese Melodie ist das, was man mit Tonalität meint. Kapiert? Und was passiert ist, dass das Gegenüber sich denkt, hä, wer ist das? Kenn ich den, okay? Zum Beispiel bei Yameda war es so, man hat die Ärzte angerufen und man wusste, man hat erstmal eine medizinische Fachangestellte. Und die hat dann sich meistens gemeldet mit, ja, hallo, Stefanie, hier, sonst irgendwas. Und dann warst du immer so, hey, Stefanie, Ah, cool, dass ich dich erreiche. Du, magst du mir verraten, ob der Thomas zu erreichen ist? Timo ist am Telefon. Thomas ist der Vorname vom Arzt. Keiner, der den Arzt nicht kennen würde, würde nach dem Vornamen fragen. Aber ich habe so angerufen, als ob es völlig selbstverständlich ist, dass sie mich jetzt gleich mit dem Thomas durchstellen. Das funktioniert fast nie. Darum soll es jetzt mal nicht gehen, okay? Sondern die fragt dann schon nach. Aber was ihr geschafft habt ist, die ist jetzt nicht in ihrem klassischen Muster, dich sofort abzuwibbeln. Sofort abwibbeln tut es nämlich nichts. Weil irgendwas ist jetzt nicht normal wie ein normaler Vertreter. Okay, jetzt hat er davon gesprochen, hey, du hast dir vor kurzem mal eine Postkarte eingeschickt. Ja, das war halt früher die Art und Weise, wie man Leads generiert hat. Jetzt ruft er den Leads an. Und du hast dich informiert über dieses huge Potential. Und ihr habt gesehen, wie er auch arbeitet. Huge Potential. Er tut sein Gesicht verziehen. Das heißt, der ist nicht monoton, sondern der arbeitet wirklich mit huge Potential with a little bit of risk. So auf die Art zu helfen mit einem ganz kleinen Risiko. Das ist eigentlich gar nicht der Redewert. Versteht ihr? So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ja, klar, beim Fliegen gibt es schon auch ein Risiko dabei. Wenn du jetzt hier einsteigst, ist es schon auch ein Risiko dabei. Okay, das ist jetzt nicht so vertrauenswürdig. So, hey, aber wenn du hier einsteigst, ja, klar, es gibt schon ein Risiko, aber es ist eher nicht der Redewert. Ja, aufgrund der Betonung. Okay? Und jetzt achtet einfach mal weiter drauf. Ich mache jetzt keine Unterbrechungen mehr. Aber spätestens an der Stelle, wo er anfängt zu flüstern, wird es geheimnisvoll. Und wenn es geheimnisvoll wird, dann wollen die Leute natürlich noch mehr wissen. Weil wenn ich jetzt dem Nick ein Geheimnis zuflüster... ...wollen alle da hinten wissen, was habe ich ihm jetzt gesagt. Weil das diese Curiosity, diese Neugierde weckt. Und das nutzt er wirklich sensationell in diesem Telefongespräch. Hey, Timo hier. Wenn es dir wirklich wichtig ist, deine Verkaufs- und Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und so zu kommunizieren, dass die anderen sagen, boah, das will ich auch können, stell sicher, dass du diesen Kanal abonnierst. Mindestens einmal die Woche hauen wir ein Video wie dieses raus. Und hey, wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, im Verkauf oder wie kann ich mehr Kunden gewinnen, dann stell einfach sicher einen Kommentar zu hinterlassen oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Mein Team und dich werden dir dabei helfen. Das ist mein Geld, das ist mein Geld, man. Exactly, you could pay off your mortgage. This stock will pay off my house. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Erotime, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. Okay, let's do it. I'll do four grand. Four thousand, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence and welcome to the Investor Center. Yeah, thanks a lot, man. Bye-bye. How'd you do that? Just like that I made two grand. Okay, also ich denke, das hat es jetzt einfach nur mal ganz gut rübergebracht, okay? Da sitzen ein Haufen von Leute an ihrem Telefon und der macht plötzlich ein Telefonat und die Leute sind begeistert und fragen sich, als ob der irgendwie gerade das Feuer erfunden hat. Alter, wie hast du das Feuer erfunden? Ja? So, und das ist die Power der Tonalität. Und die müsst ihr wirklich für euch nutzen. Wir hatten letzte Woche in Berlin jemanden dabei, der hat ein Restaurant. Wenn ich ein Restaurant habe und ich gehe jetzt an den Tisch, da sitzen meine Gäste und ich sage einfach so, ja, ich stelle Ihnen jetzt mal hier das Gericht des Tages vor und wir haben da ein Rotbarschfilet aus der Nordsee, das ist gebacken. Dann ist es nicht so sexy, wie wenn ich sage, hey, also, um ehrlich zu sein, ist es das Lieblingsgericht von unserem Küchenchef Chuck. Wir haben hier ein gebackenes Rotbarschfilet in einer Salbei-Butteressenz abgelöscht mit einem Rieselmoosling und eine kleine Pause und die Leute kriegen da schon richtig harte Nippel davon, ja? Die haben richtig Lust jetzt das Gericht und dann am Schluss kommt eine gute Closing-Frage, ja? Wollen Sie sich heute etwas gönnen? Eine gute Abschlussfrage, weil wer will sich denn nichts gönnen? Dann hat es dieser Kellner geschafft, dafür zu sorgen, deutlich mehr Umsatz zu machen. Das heißt, egal wann du jemandem eine Sprachnachricht schickst, am Telefon hast, in einem Verkaufsgespräch bist, ob du irgendein Produkt vorstellst, egal was du machst, achtet darauf, wie du die Dinge vermittelst, arbeite mit Pausen und Co., naja? Und das Beste, was wir machen können, gerade wenn es zum Beispiel in der Telefonakquise ist, und ich weiß, viele machen die Telefonakquise, ist, dass ihr euch so anhört, als ob die Person euch kennt, weil das sorgt für geistige Brandstiftung. Die fragen sich, wer ist das? Kenne ich den eigentlich? Obwohl die Person sich nicht kennt. Und manchmal fragen die euch, kennen wir uns? Und dann sagt ihr, nee, bislang kennen wir uns noch nicht. Okay, sie haben gerade so getan, als ob sie mich kennen. Echt? Kam das so rüber? Das wusste ich gar nicht. Nein, nein, wir kennen uns nicht. Das hatte ich häufig als Reaktion. Und jetzt passt mal auf. Jetzt ist es so, wir hatten ja gerade eben das Thema mit diesen Einwänden. Jetzt nehmen wir mal an, jemand kommt in einem Gespräch am Telefon, ich habe meinen ersten Pitch platziert. Und jetzt stellt euch mal vor, es kommt dieser Einwand. Es sagt jemand zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe einen Herr Mayer angerufen. Der Herr Mayer sagt dann, hey, ich muss mir Gedanken machen. Oder hey, gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder das Ganze ist nichts für mich. Jetzt kommt irgendeine Reaktion. Dann kann ich zum Beispiel sagen, Herr Mayer, ich kann Ihnen da jetzt gerade gar nicht böse sein. Also verständnisvolle Tonalität. Herr Mayer, ich kann Ihnen da jetzt gerade überhaupt gar nicht böse sein. Ich meine, Sie kennen mich ja nicht. Es gibt keinen Grund, mir zu vertrauen. Und das weiß ich ja auch. Versteht ihr? Dieses, das weiß ich ja auch. Pause. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich habe mir das vorhin jetzt mal einfach mal aufgeschrieben, um euch da ein Beispiel zu bieten. Ihr könnt sagen, wissen Sie, meine Oma hat immer gesagt, tausendmal etwas zu hören, überzeugt weniger als einmal etwas zu sehen. Wenn ich Ihnen ein kurzes Video aufnehme, bla 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 bla, würden Sie sich es anschauen. Okay? Der Punkt ist also der gewesen, wenn jemand einen Einwand hat, dann habe ich ja auch gesagt, ihr sollt reagieren mit Verständnis und den Einwand wiederholen. Wenn ihr aber nur sagt, ich verstehe, das ist Ihnen zu teuer und es hört sich nicht verständnisvoll an, dann ist es wie ein nicht ernst gemeintes Entschuldigung. Die Hayley hat jemanden geschubst im Kindergarten, meine Tochter, ich sage, Hayley, sag Entschuldigung. Dann geht die Hayley manchmal hin und sagt, Entschuldigung. Einfach nur, weil ich es ihr gesagt habe. Hat dieses Entschuldigung jetzt einen Wert? Nein, weil es ist nicht ernst gemeint. Aber wenn sie es wirklich meint, sie geht dann hin und sagt so, du Tobi, Entschuldigung, dann kommt es wirklich bei ihm an. Genauso ist es auch mit den Einwänden. Got it? Das heißt, ihr müsst da einfach mit dieser Tonalität arbeiten. Und das Allerbeste, was ihr machen könnt, und das würde heute den Rahmen sprengen, ist, dass ihr es trainiert. Entweder mit jemandem, mit dem ihr trainieren könnt, oder ihr trainiert mit eurer Kamera. Ihr trainiert mit eurem Smartphone. Also folgendes. Da hinten sitzt der Jan Lukas, der kam massiv zu spät, kam aus Frankfurt, ist heute Morgen in Nürnberg stecken geblieben, ist umgestiegen und jetzt ist er mit dem Uber den Rest hergefahren. Ja? Whatever. Kam die hierher gedüst auf Sommerreifen. Alter Falter. Das darfst du keinem erzählen, ja? So. Aber soll ich euch was sagen? Das hier ist absolutes Commitment. Weil ich glaube daran, dass wir alle ein Meilenkonto haben. Ja? Ich rede jetzt nicht so von den Flugmeilen, ja? Da hat man Benefits. Also wenn ich ganz viele Meilen sammle bei der Lufthansa, dann bekomme ich Benefits. Ein Tablet kann ich mir raussuchen, den nächsten Flug oder ich kann ein Upgrade machen. Benefits. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder Mensch, gerade bei so einem Umstand wie heute, trotzdem hierher kommt. Der zahlt emotional oder in irgendeiner Währung auf dieses Erfolgskonto ein. Versteht ihr, was ich meine? Die Benefits, die werden für euch da sein. Dass ihr heute gekommen seid, wird dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Davon bin ich absolut überzeugt. Und all diejenigen, die nicht gekommen sind, weil sie zum Beispiel sagen, das ist mit zu viel Aufwand, zu faul, falsche Work Ethic, die wollen nichts verändern. Die wollen ihren Marktwert gar nicht erhöhen. Die haben es gar nicht verdient, dass sich ihr Marktwert erhöht, weil sie nicht bereit sind, in eine unkomfortable Situation zu kommen. Genauso auch mit der Tonalität. Die meisten Menschen hören das, oh Tonalität, das hat einen großen Output. Da hat jemand gesagt, das macht Sinn. Ich habe Wolf of Warp gesehen, hat mich überzeugt. Macht Sinn. Und dann gehen sie am Montag in ihr Büro, kriegen ihre Liste mit Leads und telefonieren genauso scheiße wie davor. Weil sich ihr Marktwert nicht erhöht hat. Weil sie selber nicht gesagt haben, ich möchte meinen persönlichen Status Quo erhöhen. Das nimmt keiner für euch ab. Entweder ihr trefft für euch selber die Entscheidung, dass ihr euren Marktwert erhöhen wollt, indem ihr jetzt sagt, das möchte ich für mich lernen. Dann setzt ihr das Ganze um. Ihr nehmt euer Skript, filmt euch dabei, übt eure Tonalität, bis ihr sie sich besser anhört. Und ich schwöre auf alles, die Abschlussquote, die Terminquote wird sich erhöhen. Okay? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020